Es muss aber echt so wunderschön aussehen. Auf jeden Fall. Es dauert aber bis jetzt nicht. Was ist auf dein Handy? Hola, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Oh, du bist die heftigste, wenn du uns abhörst. Das wäre übertrieben. Das geht Leute, alles klar? Grüße aus Aachen, Twin Store. Grüße zurück. Klische Busi zu. Das heißt, AMK. Hast doch keine Haare. Ich rede nicht vor dem Kopf, Bruder. Hier, dieser. Ah, jetzt ist es geladen. Und jetzt? Ich krieg grad beigemacht, wie man illegal download. Jetzt ist es geladen, ne? Eckhoffplatz, Ahmed. Ah, hier. Genau, du. Das ist hier drauf. Ah, okay. Sind die alle schon geladen? Ja. Hast du siebenmal gleichen Videos gelernt? Sehr geil. Dann ist der Flug umso angenehmer. Zwei Folgen, wie heißt das? Zwei Folgen Family Guide. Und dann ist der Flug auch schon durch. Show Cut Wandsbeck. Oder diese Show Cut. Diese Leute, die so Cut heißen, ne? Ich sag euch jetzt wegen Friseure. Die sind so Cut Fresh. Diese ganzen Friseurläden, die so heißen, die kosten zu viel Fluss. Wir suchen Hassan, Ahmed, Rashid, Mohammed. Das sind die Friseure, die wir brauchen. Sonst brauchen wir niemanden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Goldene Schere. Bruder, was für goldene Schere? Was für goldene Schere? Kann der Krebs heilen bestimmt diese Friseur. New Look. Ist auch wieder zu viel Englisch, zu viel Geld, Bruder. Wir suchen nur günstige Flüchtlingsnamen. Wir brauchen Flüchtlingsnamen. Abu Masari, grüß dich. Das ist der Mohsin. Sag mal dem Mohsin. Mohsin, wir wollten in die Polizei gehen. Und dann sagen, wir sind der Mohsin, wir haben Verlustmeldung gemacht, einen Führerschein verloren, damit wir so einen Führerschein haben, damit wir mit Auto fahren können. Simon wollte machen, aber ich mach nichts. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Er liegt. Machsinn, zie durch, komm, komm. Machsinn, komm nach Hamburg. Ich schwirr. LJ Bro, wenn du Werbung machst, kriegst du es sowieso für umsonst. Lass, ich will kein Werbung machen, ich will so umsonst. Der soll meine DNA bei sich haben, der soll froh sein, Bruder. Kommt Steindamm. Wo ist das? Nadorcat. Das gehört sich schon eher nach Vedokat, Danziger Straße. Naja, der Kat, das ist zu viel. Farmsinn Friseur, 10 Euro. 10 Euro, Bruder, wir haben gesagt umsonst. LJ, melde dich, wenn du in Oberhausen bist, zeige dir dann einen freshen Friseur. Er braucht neue Frisur mit Heavy End. Amar Marokkaner, Sarah Kat Standam. Amar. Simon Sohn, ne, schreibt er? Der Mahsinn, so machst du, willst du seinen Namen? James in HBO. James ist zu teuer, hört sich an, Bruder. Show Kat. Bruder, nix mit Kat. Wir suchen Flüchtlingsnamen. Syrische Namen als Friseur brauchen wir. Ilyas L fragt, wohin bin ich schon wieder? Keine Ahnung. Alle seien nicht, Schultz. Ich hab einfach gesagt, komm, wir fliegen. Manche fahren mit Bus, Taxi, ich geb Flug aus. Manche geben Taxi aus oder Bus, ich geb Flug aus. Bro, du brauchst eine Wohnwagen. 8 Euro Friseur, Beste. Werden wir abgeholt am Flughafen? Ansonsten sag ich, einer soll uns abholen. Der hat um sieben Schluss. Ihr Bank? Der hat um sieben Schluss. Bank oder nicht? Bank. Guck mal hier, diese Bart über meine Lippe schon. Manche haben hier Piercing, wir haben Haare. Manche muss zur Seite kämmen. Geh mal Haarwachs, hast du Haarwachs? Von überall, diese Haare. Überall. Von überall. 50 Jahre Trabsonsport. Sehr schön. Habt ihr gehört? Neymar geht rüber zu PSG. Paris Saint Germain. Hallo Ozan, wie geht's? Lackfluss kostet Tierweile auch nur noch 30 Euro. Klärweile, mittlerweile. Ja und Bruder, gib mal diese 30 Euro aus. Du bist doch so ein Typ, wenn du Dünner essen gehst mit deinen Kollegen, du holst Getränk nur für dich. Tut doch gar nicht so. So ein Geier. Ich glaub, äh... Müsst du mehr rein? Müsst du mehr rein? Ich mach extra so ein bisschen mehr rein. Ich denk immer, das sieht süß aus, wenn ich so gucke. Das sieht aber gar nicht süß aus. Mahmoud, Kayseri Barber. Diese Läden haben wir gesucht. Jani B, war ein neues Album. Album ist fertig, Bruder. Muss noch Videos drin. Ich hab Bock, wie man diese fresh aussehen. Ja, ich bin da. Jani B, how much there is to see. Guck mal, ich sing für dich jetzt. Bart wegrasieren. Vielleicht schneidet auch Sammy Deluxe deine Haare. Ist der Friseur? So ein hochmäßiger Typ. Hochnäsiger, nicht hochmäßiger. Ja, und Dragan. Wenn dir das nicht gefällt, dann hast du anscheinend so ein langweiliges Leben, dass du dir Leute anguckst, die du nicht magst. Und wenn du so ein langweiliges Leben machst, will ich dich jetzt nicht fertig machen, weil du mir eigentlich nicht leid tust. Du bist ein ganz armes Würstchen. So, ich hab das jetzt mal auf die deutsche Art geklärt. Ja? Emre Yilmaz Boxer. Bruder, ich hab Hunger. Was kann man so leckeres essen? Du hast immer Hunger, Bruder. Ich seh dich immer essen, Bruder. Jede Video. Ich bin ein Fan von dir. Sag, LG ist ein Fan von mir. Emre Yilmaz Boxer. Keiner isst so lecker wie der. Wenn ihr den essen seht, ich geb auch Hunger. Komm mal nach Flensburg. Ja, da wollte ich schon immer mal hin. Da ist doch dieses Wolkenkratzer World Trade Center. Bruder, solche Flensburg. Diese Bier trinken. Jessica Gitschitsch. 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 Fugitschler. Komm nach Detmold. Okay, ich komm überall hin. Die hier. Seh ich so aus, als ob ich Fälschungen trage, Bruder. Schau, meine Mutter, die ist original aus Algerien. LJ, ich grüße dich. Alles gut. Wünsche dir einen entspannten Abend. Danke. Nico Ulrich. Nehmt euch mal ein Beispiel. Lasst es doch. Ich wünsche dir auch einen entspannten Abend, lieber Nico. Hoffe dir geht es gut. Gruß. Bruder, alles klar bei dir? Ja klar. Bei dir? Abu Masari lacht sich kaputt. Komm in Sinder auf Haare schneiden. Hammudi ist auch drin. Hammudi und ihr seid 100 Pro nebeneinander gerade. Die gucken durch ein Bildschirm gerade hin. Ozan Bayraktar, was sind deine Hobbys? Zocken, zocken, zocken. Ich bin so spielsüchtig. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich hab überlegt aufzuhören. Aber ich weiß nicht wie. Therapie. Kennt einer eine gute spielsüchtige Therapeutin? Erinnerts ab jetzt. Kennt einer eine Therapeutin, die wegen so spielsucht wird? Aber die muss schon... Wäre schön, wenn die geil wäre. Dann gehe ich auch gerne rein. Wer kennt eine geile Spieltherapeutin? Das wäre sehr gut. Neue Tabaks unterwegs. Neue Sorten. Haribo Cola kommt diesmal. Wer ist das? In Spanien. Wallah. Schmeckt. Hä? Hast du einen deutschen Pass? Ach, ich brauche es. Ich hab einen deutschen Pass. 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 Und meine eine Afri-Tasche. Die rauchen gerade Fakata und so. Wallah. Maschallah, Maschallah. Sehr gut. Zeig mal über die Packung in Lügner. Wie lange bleibt ihr da? Wie lange bleibt ihr da? Ich bin durch, wenn mir langweilig ist. Seht ihr das? Ich bin krank. Dienstag ist ja schon weg. So viel? Wie schnell das umgeht, ne? Ich bin jetzt im 30. Semester. Ich bin am 19. Nacht. Kneipe mich mal an. Ich will dir was fragen. Kneipe mich mal an. Was heißt denn anknallen? Wenn ich mit einer Bierflasche zu dir koche. Ich hab eine Luisa da. Ich hoffe inständig, dass du für Löppes niemanden findest. Was ist das? Was ist das für Löppes? Aber machen wir nicht. Guck mal, Ula. Kennst du noch deinen Freund Tixi? Natürlich kenne ich Tixi. Tixi ist auch mein Freund. Schreib dir, Ula. Tischku guck zu, Ula. Ich hab den noch nicht hier geblockt. Ich muss den blockieren. Erinner mich gleich, wenn ich auflege. Tischku. Tischku. Ich muss den blockieren. Sag mir gleich. Tischku. Tischku. Ja, ich bin Deutscher, Philipp. Passt dir das nicht? Ja, hab ich, Bruder. Darf ich aber nicht sagen, Janni. Nafrikat Hamburg hinterm Bahnhof. Ja, das hört sich gut an. Wie lange bleibst du da? Ich bleib... Heute, morgen wollten wir Fußball spielen in Braunschweig. Morgen gehen wir, glaube ich, Fußball spielen in Braunschweig. Ich bin übermorgen wieder in Düsseldorf. Abdel, wir sehen uns in Algerien. Ja, ich fahr jetzt nächste Woche nach Algerien. Inschallah sehen wir uns da. Habt ihr Haus? Habt ihr Haus, Garten und so? Jetski, dann komm ich. Was denkst du über Leverkusen? Dass das eine Stadt zwischen Köln und Düsseldorf ist? Was soll ich über Leverkusen denken? Fußballmannschaft, meinst du? Gar nichts. Widerschreib, wohin gehst. Wohin gehst. Wohin gehst. Wohin gehst. Wohin gehst. Wer hat das geschickt? Alle, Bruder. Wer ist deine Traumfrau? Meine Traumfrau? Rihanna. Rihanna? Die ist voll fett geworden. Hast du nicht gesehen? Die ist richtig fett geworden. Die ist Abbrust geworden. Meine Traumfrau, ich hab keine Traumfrau. Aber meine Traumfrau, die muss noch geboren werden, glaube ich. Aber dann werde ich ja Pädophil. Auf jeden Fall Traumfrau kochen, nicht reden und Ruhe. Das kommt aber. Jasmin Lilalu. Wann bist du wieder in Köln? Ich bin gerade Köln Flughafen. Komm, komm hier vorne. Wink mir so zu. Renn schnell aber. Lass dir gut gehen. Vielleicht sehen wir uns in Warran. Ich bin da nächste Woche. Gibt alle Jetski-Haus. Wann kommt mal wieder was mit K1? Ich treffe mich jetzt mit K in Hamburg. Welches Traumfrau aus Megan Fox? Nee. Nee. Nicki Minaj auch nicht. Nee. Nicki Minaj, Bruder, die ist mit Kahlushalter. Weißt du, was für Sips die gewohnt ist? Es ist nur solche Dinge gewohnt. Ich meine, ich hab auch korrekt. Aber nicht so wie die. Das Käppi ist gefälscht. Man ist echt aus Algerien. Ich schwöre. Wolle, das Original aus Algerien. Ah, ich hab meine Sonnenbrille vergessen. Das war das. Scheiße, Mann. Mach mal bei Rebel Comedy mit. Haha, warum? Dann werden die zu erfolgreich. Mach auch auf meine Nachfrietasche hier, Bruder. Mach. Mach. Stehst du auf Alexis Texas oder Lisa Anne? Meine Pornozeiten sind vorbei, Bruder. Meine Pornozeiten sind vorbei. Ich schwöre. Ich guck kein Porno mehr. Ich schupe. Hände glatt. Cremisch. Kein Pacher mehr. Es geht nur noch um Fluss. Serda Kaya sitzt so. Serda, was geht, Brudi? Predigt Diana. Hahaha. Nimmst du einen Track mit K1 auf oder nutzt du Besuch? Ne, wir nehmen einen Track auf. Wir sind heute in... Wie heißt das? Ein anderes Wort für Heulen. Winseln. Ne, Winsen. Winsen. Nicht Winseln. Wir sind heute in Winsen in Luh. Am... Wir sind heute in Winsen am Luhsee oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Ich müsste bei K1 auf die Seite gehen. Dann gehe ich gleich auch vorbei. Eine Runde gucken so. Köln oder Düsseldorf? Düsseldorf. Wobei mittlerweile habe ich ein bisschen Hass auf Düsseldorf, oder? Die Menschen gehen mir da auf dem Sack. Die Nichtsgönnerstadt. Wo ist Hass am besten Friseur? Hassan ist in Marokko, deswegen habe ich doch keine Haare geschnitten. Bei Hassan hier wäre noch meine Haare schon längst geschnitten. Wo bist du heute in Hamburg? Mustafa Mustafa. Wo bist du heute in Hamburg? Ja, Bruder, wenn du jetzt Steffi, Jenny heißen würdest, würde ich dir sagen. Aber Mustafa, Bruder. Übrigens mehr Haare mit als ich schon dabei habe. Winsen an der Lue, genau. Geil, grüß ihn mal später. Mach ich. LJ, grüß mal Jani aus München. Ich grüße Jani aus München. Hast du Ladekabel dabei? Damm, ich bin gerade am Laden, Bruder. Der nächste. Wohin. 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 Das nervt mich hier. Wohin. 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 die man in ein Flugzeug eincheckt. Halt mal, Simon! Salamu Aleikum! Er ist ein bisschen toll gekommen. Tschau! Entschuldigung, können Sie kurz auf meine Tasche aufpassen? Ich muss jetzt auch rein. Ich mache Spaß. Ein Araber sagt ja, im Flughafen passen wir auf meine Tasche. Das klingt doch voll vertraut. Wo sitzen wir überhaupt, weißt du da? In England sind wir 18. 18, äh, first class. 18, first class. 18, first class. 18, first class. Ihr müsst immer, wenn ihr reinkommt, immer die Maschine checken, ob ihr noch fliegt ist. Bildschirm mit Milano. Wie lohnt, Schuppe? Der sieht nicht frustriert aus. Er ist zufrieden mit deinem Leben. Kenneth Milano. Da kann ich ja auch mal gucken. Da könnte ich ja auch mal gucken. Da könnte ich ja auch mal gucken. Nein, genau. Da muss ich selber oder uns sind Hänster. Ach so, okay. Wo sie selber. Die Alex, bitte. Bei mir. Ohne mich. Die Alex, bitte. Das war ja auch mal gucken. Ohne die Alex, ich bin mir gut. Das war ja auch mal gucken. Die Stadtverhalten möchten Sie bis zum Astralen den Grund zu schließen und das Hauptverbot zu beachten. Ladies and gentlemen, wir möchten von Tchaikosch von Sie, please make your trip-off. Please, please, los, denn euer flight, der aus Brauchig-Fly. Jelle bis später, wenn ihr schon rüber. Oder? Ich weiß nicht, ich glaube 20 Uhr, halb neun, neun mitte von mir. Den gibt es nur in Spanien, der ist ja nicht. Hi. Hier ist es gut. NXV.